Wichtig! Viele denken immer, dass in The Elder Scrolls Online nur die Skills interessant sind, die aktiv sind und Schaden machen. Dabei ist der wichtigste Skill eigentlich einer aus dem Handwerk, und zwar aus der Alchemie-Kunst die Heilkenntnisse. Die sorgen nämlich dafür, dass eure Tränke 30% länger halten, was wiederum dafür sorgt, dass ihr die auf Cooldown trinken könnt. Ihr könnt die also von Anfang bis Ende trinken, die halten dann nicht nur 30 Sekunden, sondern halt eben noch wesentlich länger, bis zu 47 Sekunden jetzt beispielsweise hier in diesem Beispiel. Dementsprechend nimm das auf jeden Fall mit und verpasse nicht den nächsten Tipp, denn der ist...